Die Busfahrt nach Palma durch Magaluf. Die Busfahrt nach Palma durch Magaluf. Die Busfahrt nach Palma. 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 Palma ist ein Muss für jeden Urlauber einmal im Jahr dahin zu fahren, wenn er auf Mallorca ist. Die Busfahrt nach Palma. 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 Das war's für heute. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.